Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 16. September. Heute haben wir dabei Volkswagen, Google Docs, Amazon, Uber Jump und YouTube Music. Beginnen tun wir mit Volkswagen, beziehungsweise der Volkswagen Gruppe. Die haben ja diverse Marken, ich sag einfach mal Volkswagen, Porsche, Audi, Seat und noch einiges mehr, insgesamt zwölf Marken und die verschiedenen Marken haben teilweise unterschiedliche Betriebssysteme für ihr Entertainment System. Und das war wohl damals mit der Absicht gemacht, dass die sich vielleicht intern ein bisschen halt battlen, ein bisschen Competition erzeugt wird und so ein besseres Produkt entsteht. Das war wohl nicht so und jetzt wird umgeschwenkt auf eine gemeinsame Strategie, denn die Volkswagen Gruppe möchte jetzt für alle zwölf Marken ein gemeinsames Betriebssystem für die Autos entwickeln und zwar auf Basis von Android, weil dann könnte man auch das ganze Android Ökosystem mit einfließen lassen und nutzen. Sie möchten nicht auf ein offizielles Android fürs Auto setzen, denn da muss man dann entsprechend alle Sensorendaten an Google freigeben. Das wollen sie entsprechend nicht, von daher wird was Eigenes entwickelt. Es wird eine eigene Abteilung dafür gegründet und Mitarbeiter angeheuert. Ist auf jeden Fall sehr spannend, ist ein sehr interessanter Artikel von Ars Technica, der ist natürlich für euch wie immer verlinkt in den Shownotes. Nächstes Thema Google, beziehungsweise Google Docs. Das ist ja der Konkurrent zu Microsoft Word von Google und da kann man seine Texte schreiben und wenn man wissen will, wie viel man geschrieben hat, sprich wie viele Wörter oder auch wie viele Zeichen, dann muss man da ins Menü gehen, kann drauf klicken und bekommt eine Ansicht. Ja, leider müssen das viele Leute sehr häufig machen, wie zum Beispiel auch ich, wenn ich einen Blogbeitrag schreibe, um bestimmte Ziele zu erreichen und da gibt es jetzt bald die Option, auch ein Häkchen in dem Menü zu setzen und dann bekommt man im unteren Bereich immer angezeigt, wie viel man gerade an Wörtern geschrieben hat. Das finde ich auf jeden Fall sehr schön, ist eigentlich nur ein kleines Feature, aber ein wirklich nützliches, was auch arg vermisst wurde, denn bei Microsoft Word bekomme ich das ja auch angezeigt. Nächstes Thema Amazon. Die testen gerade eine neue Bewertungsmethode, beziehungsweise eine Variante ihrer bisherigen Bewertungsmethode, wo man ja ein bis fünf Sterne vergeben kann und dann einen Testbericht schreibt und viele Leute möchten eben nicht so gerne schreiben und genau deswegen wird jetzt getestet für ein paar Nutzer, dass die einfach für ihre Bestellungen einfach nur Sternebewertungen abgeben können, die dann auch später in die Gesamtbewertung einfließen. Das Ganze gilt dann nur für bestätigte Bestellungen, das ist natürlich sinnig, damit kein Umfug getrieben wird und später könnte man, wenn man das gemacht hat, auch seine Sternebewertung meinetwegen noch mit Fotos und mit Texten versehen, aber ich glaube, viele werden einfach nur Sterne bewerten und ich glaube, das ist wirklich eine gute Sache, dadurch, dass einfach dann mehr Bewertungen auch reinfließen und man einen besseren Eindruck bekommt, ob das ein gutes Produkt ist oder auch nicht. Uber Jump. Jump ist ja die Marke von Uber, die für E-Bikes und E-Scooter eingeführt worden ist. In Deutschland wird die, glaube ich, aktuell nur für E-Bikes genutzt, also Fahrräder mit Elektrounterstützung. Ja, und die sind in den letzten Monaten in Amerika schon aus diversen Städten verschwunden, aus unterschiedlichsten Gründen und jetzt gesellt sich zum 19. September auch San Diego dazu. Da gibt es dann auch keine Jump, E-Bikes und E-Scooter mehr. Ja, es ist nicht so einfach. Die unterschiedlichen Städte haben unterschiedliche Regeln mittlerweile oder betrachten die Problematik mit Douglas Fahrzeugen anders und Uber scheint da einfach relativ oft sich einfach direkt zurückzuziehen. Andererseits in San Francisco haben sie ja erstmal riesen Rekorde aufgestellt. Im August haben sie da eine Million Rides gehabt seit dem Start im Januar 2018 und sind da eigentlich ganz erfolgreich. Woanders sieht es dann eben entsprechend anders aus. Es ist ein interessanter Markt, der sich immer noch am Entwickeln ist und eben nicht nur in Deutschland für Diskussionsmaterial sorgt. Letztes Thema für heute, YouTube Music. Die ändern jetzt, wie ihre YouTube Music Shards berechnet werden. Und zwar werden die jetzt nur noch berechnet anhand von organischen Plays. Der einzelnen Leader entsprechend organisch bedeutet, man kommt halt direkt mit dem Link hin, man bekommt es vorgeschlagen, man findet das selber. Im Gegensatz zu, dass man eine Anzeige gesehen hat, draufklickt und dahin geht und sich dann ein Lied anhört. Oder auch ein Video zum Beispiel. Denn Plattenfirmen haben das entsprechend genutzt und haben einfach Budgets in Advertising reingeschoben und so direkt die Charts bei YouTube Music manipuliert, wenn man es mal so nennen möchte. Und da möchte eben YouTube eben mit der neuen Logik dagegen vorgehen. Das macht für mich auch Sinn. Und schauen wir mal, ob sich dann wirklich was ändert. Und wer so in den YouTube Music Shards oben steht. So, das war es dann auch schon für heute. Ich wünsche euch einen guten Chart in die Woche. Hab einen tollen Montag. Bleibt positiv und dann hören wir uns hoffentlich morgen wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.